Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es weiter mit dem COP-Web-Algorithmus und zwar der praktischen Seite, nämlich dem Algorithmus selbst. Gut, wir wollen also einen Baum aufbauen und zwar inkrementell. Das bedeutet, wir fügen immer nach und nach die einzelnen Datenpunkte hinzu zu unserem Baum. Am Anfang starten wir mit 0,0 Datenpunkten und fügen dann im ersten Schritt den ersten hinzu, im zweiten Schritt den zweiten und teilen dann so und so weiter immer den Baum auf. Gut, das müssen wir jetzt alles formalisieren, ist nicht ganz so einfach. Zunächst einmal brauchen wir noch eine kleine Formel. Klein war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie ist nicht ganz so schlimm, wie sie jetzt hier aussieht. Das ist die sogenannte Category Utility Function, kurz CU. Und allzu schlimm ist es wirklich nicht. Das 1 durch P hier vorne könnt ihr im Prinzip gedroht ignorieren. Das ist bloß damit, dass das Ganze hier eben im Bereich von 0 und 1 liegt. P von C, J ist die Wahrscheinlichkeit, also wir summieren hier übrigens über alle verschiedenen Kategorien. Das heißt, über alle Kategorien, die wir haben. Und wir sagen hier die Summe aller C, J über die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Kategorie C, J ist. Also, Sekunde, ich zeige es euch gerade mal. Das hier wäre P von C1, das ist P von C2. Das ist im Prinzip das hier, kann man 1 zu 1 ablesen. Dann haben wir hier mal die Summe von I gleich 1 bis N über K. Das bedeutet einfach folgendes, ich erkläre euch am besten die Formel hier. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Attribut von X, also X ist unser Datenpunkt, dass das Attribut I den Wert K annimmt. Also, dass das Attribut den Wert K annimmt. Das I zur Attribut wäre hier die Farbe oder die Größe. Und K wäre hier klein, medium oder groß, beziehungsweise pink und grün. Also, dafür, dass die, Moment, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Merkmal I von X, von unserem Datenpunkt X, von unserem neuen Punkt, gleich K ist, gegeben die Klasse C, J ist einfach folgendes. Wir sagen, okay, wir nehmen an, das ist unsere Klasse, die wir wollen, also C1 zum Beispiel. Und wir haben jetzt einen grünen Medium Datenpunkt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit von dem ersten Merkmal, gleich klein ist 0, gleich Medium ist 5 Achtel, gleich groß ist 3 Achtel. Und dann das zweite Merkmal wäre Farbe, dass es gleich pink ist, wäre 0, dass es gleich grün ist, wäre 1. Über das alles summieren wir. Das heißt, wir summieren tatsächlich einfach alles auf. Aber Achtung, gegeben die Klasse C, I bedeutet, wir sind nur in dem Teil hier. Hier sind die Wahrscheinlichkeiten ja anders in dieser rechten Klasse C2. Aber wir sagen erstmal, okay, wir sind hier in dieser Klasse und summieren nur das auf für diese Klasse. Nachher summieren wir ja weiter über die andere Klasse, das heißt, es kommt schon noch rein, aber wird dann mit der Wahrscheinlichkeit der Klasse multipliziert. Und dann sagen wir hier minus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Attribut I den Wert K annimmt. Dieses Quadrat ist im Prinzip nur eine Formel, aber nicht wirklich wichtig. Dass das hier passiert, ist folgendes. Wir beachten jetzt also die Klasse C, J nicht mehr hier drüben in dem Teil von der Formel. Und das bedeutet, wir wandern von dem hier einfach in den Root-Knoten und können hier die ganzen Sachen ablesen. Also minus diese Wahrscheinlichkeiten. Gut, quadrieren, damit alles positiv bleibt, ist nicht wirklich tragisch oder nicht wirklich wichtig. Und am Ende kommt eben diese Riesenformel raus, von denen ihr jetzt die einzelnen Teile versteht. Und das hier, warum hier ein Minus steht, ist eben, dass wir den Unterschied kriegen von beiden und diese Wahrscheinlichkeit wird dann drauf multipliziert. Sprich, wir haben am Ende die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Datenpunkt hier drin ist und so weiter und so fort. Dann kriegen wir die Utility-Function raus. Braucht ihr aber eigentlich nur abtippen im Prinzip, wenn ihr das machen wollt, ist nicht weiter so wichtig. Was jetzt allerdings bei dem Algorithmus passiert, das haben wir hier. Hier sage ich jetzt einfach nur, wir berechnen die Utility-Function. Achtung, das ist nicht richtig. Jetzt stimmt's. Okay, wir sagen unser, Achtung, der ist ordentlich komplett, also nicht jetzt schon ausschalten. Ich möchte euch den ganz langsam erklären und unten drunter kommt noch der große Teil im Prinzip. Und zwar, wir definieren uns erstmal diesen Cop-Web-Algorithmus. Achtung, wir machen einen Baum-Algorithmus. Das heißt, wir müssen rekursiv runtergehen. Wir fangen mit dem Wurzelknoten an und gehen dann rekursiv die einzelnen Teilbäume entlang. Das heißt, wir müssen hier aber auch den Knoten mit angeben. X ist unser neuer Datenpunkt, den wir einfügen wollen. Und dann fangen wir mit dem Wurzelknoten beim ersten Aufruf an und gehen dann mit dem Algorithmus immer tiefer in unseren Baum runter, bis wir bei einem Blatt ankommen. Wenn wir bei einem Blatt sind, dann sind wir fertig. So, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir berechnen erstmal für alle Kategorien, die wir hier haben, hier die da, berechnen wir die Category Utility. Das heißt, wir nehmen aber an, dass der neue Punkt X in diese Kategorie CI reingesteckt wird, wenn wir es berechnen. Also wir nehmen an, wir packen den neuen Punkt X, packen wir in die Kategorie C1 rein und berechnen dann die Utility komplett neu. Dann sagen wir, wir packen den Punkt in C2 rein und berechnen dann nochmal die Utility neu und so weiter und so fort. Wenn wir hier mehrere haben, dann brauchen wir hier auch mehrere. Gut. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir hier die ganzen Dinger hier zwischengespeichert und ich habe jetzt hier einfach mal Utility oder CU abgekürzt mit UT. Wir berechnen also für A, also wir kriegen erstmal die Klasse A raus, das ist die, die die höchste Utility hier erhält, wenn wir eben diesen Punkt hier rein berechnen. Das wissen wir ja nicht, welche Kategorie das ist. Das kann natürlich Kategorie 1 oder 2 sein in unserem Fall, aber wir können ja auch mehr als zwei Kategorien haben. Dann sagen wir, UTA ist die Utility von der Klasse A, also das, was wir hier eben errechnet haben. CU von A im Prinzip. Dann sagen wir, B ist die Klasse mit der zweithöchsten Utility. X ist die Utility für einen neuen Knoten, also wenn wir hier einen komplett neuen Unterbaum generieren würden, also hier so nebendran. Und hier in diesen Unterbaum packen wir jetzt nur den neuen Datenpunkt X. Nichts anderes. Das wäre dann die Utility für X eben hier. Dann haben wir ein Y. Y, das wäre, wenn wir A und B vereinigen, also in unserem Fall diese beiden hier wieder zusammenschmeißen zu diesem Root-Dingens hier. Das macht natürlich unsere Utility komplett kaputt in unserem Fall jetzt, denn es würde uns absolut keinen Vorteil bringen, die beiden jetzt hier zusammen zu machen. Aber wenn wir hier 50 Unterbäume haben oder Unterknoten von dem Wurzelknoten hier, dann macht es durchaus Sinn, irgendwann mal wieder zwei zusammenzufassen zu einem größeren und dann nur noch einen von diesen Bäumen zu haben. Das speichern wir in Y. Also wir berechnen, was da für eine Utility bei rauskommen würde. Und dann speichern wir noch in Z die Utility, wenn wir P aufteilen. Äh, nicht P, Entschuldigung. Wenn wir A aufteilen. Das wäre dann der Fall, dass wir hier statt dem hier, ähm, statt P von C1, also wenn wir jetzt C1 als A haben, wir wählen C1 aus und wollen das jetzt aufteilen. Das bedeutet, statt dass wir hier C1 haben, machen wir zwei neue Kategorien, schmeißen C1 komplett weg und nehmen die beiden Unterkategorien, C3 und C4 und packen die hier hoch. Das heißt, am Ende haben wir den Baum einfach verkleinert. Das hier fällt raus und an diese Stelle fällt das hier. Also sozusagen drei Stück dann hier oben und, ähm, ja, das müsste dann unsere Utility eben vergrößern. Gut, wenn wir diese Utilities jetzt alle berechnet haben, dann wählen wir uns natürlich einfach mal das Maximum aus. Und hier fange ich jetzt wieder an, für euch zu tippen. Ähm, und zwar sagen wir jetzt, okay, wir switchen die Utility. Wir sagen, entweder ist UTA die größte oder aber es ist X die größte Utility oder Y oder Z. So, ähm, die Utility von der Klasse B brauchen wir hier nicht. Das ist uns ja egal. Wir brauchten B nur, um eben dieses Vereinigen darzustellen. So, jetzt switchen wir da durch und sagen, okay, was machen wir denn, wenn die Utility hier am größten war. Also sprich, wenn es am besten ist, den Punkt einfach der Klasse A hinzuzufügen. Naja, was machen wir dann? Easy, wir packen den Punkt in die Klasse A rein. Also, ich mache jetzt einfach mal Case UTA. Dann machen wir folgendes. Wir packen den Punkt in A rein. Also, wir füllen den CopWeb-Algorithmus aus mit dem Punkt X, wie, ähm, wie die ganze Zeit schon und wir packen den Punkt in A rein. So, dann sind wir hier fertig und gehen rekursiv quasi weiter. Zweiter Fall. Wir sagen, X ist die höchste Utility. Naja, was machen wir dann? Dann erzeugen wir einen neuen Knoten, also machen im Prinzip genau das, was wir hier ausgerechnet haben als Utility. Ähm, wir erzeugen neun Knoten. Nennen wir ihn einfach mal X Strich. Ups, X Strich. Und was führen wir dann aus? Wir führen aus CopWeb von X und diesem neun, falsche Klammer, diesen neun Knoten X Strich. Das heißt, wir fügen quasi diesen Knoten hier rein. Denn wenn wir hier angekommen sind, dann sind wir hier fertig. Also, wir müssen die einzelnen Datenpunkte nicht speichern, sondern wir müssen nur sagen, wo sie jetzt am Ende drin wären. Übrigens, dieser Algorithmus, der beinhaltet noch nicht die ganze Zeit diese wertige Updaten, das müsst ihr dann immer noch mal selber machen, aber das sollte klar sein. Okay, nächster Fall, Case Y. Das heißt, Y, die Utility A und B zu vereinigen, war die größte. Naja, was machen wir dann? Wir vereinigen A und B. Ähm, Unite A, B. Und danach führen wir CopWeb aus. Wir definieren uns hier noch einen weiteren Punkt, X Strich Strich. Wobei, wir könnten noch einfach Y Strich nennen. Ist egal, wie die Dinger heißen übrigens. Also, ihr könnt euch da aussuchen, was ihr wollt. Ähm, wir sagen, Y Strich ist die Vereinigung von A und B. Und wir führen jetzt den CopWeb-Algorithmus aus. CopWeb von X und Y Strich. So, letzter Fall. Das Beste wäre das Aufteilen von A in seine Unterpunkte. Das ist relativ selten der Fall, aber manchmal kann es durchaus passieren. Dann sagen wir Z ist gleich, äh, nicht Z ist gleich, sondern wir sagen, bei Z, ähm, Teil, oder, Separate, ähm, A. Was da passiert, habe ich euch ja schon erzählt. Also, wir teilen quasi diese, äh, diesen Knoten A in seine Unterbäume auf. Und die Unterbäume hängen dann direkt an der Wurzel dran, an der Wurzel, an der wir auch arbeiten aktuell. Das heißt, wir führen wieder den CopWeb-Algorithmus mit N aus. Also, äh, habe ich den N genannt? Ich habe ihn klein N genannt. Also mit klein N. Also wieder mit derselben Wurzel, mit der wir gerade angefangen haben. Denn dann müssen wir das Ganze ja nochmal berechnen. Weil wir haben jetzt hier nicht nur eine Klasse, sondern wir haben drei Klassen. Wir müssen alle drei Klassen wieder angucken, was passiert da so. Gut. Und dann, wenn wir bei einem Blatt angekommen sind, dann können wir sagen, okay, wir sind fertig. Wir müssen jetzt nur noch alle Werte updaten. Das müssen wir sowieso jedes Mal machen hier. Denn, äh, diese Werte hier verändern sich natürlich immer, wenn wir einen neuen Punkt hinzufügen. Und dann müssen wir dann immer kurz sagen, okay, ich hätte gerne hier neue Werte drin. Und je nachdem, wie groß diese Werte sind, berechne ich meine Utility und führe dann eine Operation aus. Super, das ist der Algorithmus also. Und, ähm, wenn ihr das Ganze so macht, dann fügt ihr die Datenpunkte zwar nicht direkt hinzu, aber ihr fangt an zu clustern, indem ihr einfach sagt, okay, es bringt mir am meisten, wenn ich den Punkt hier zuführe oder hier reinpacke oder da oder da. Und, ja, so funktioniert es dann. Und ihr kriegt dann eben die maximale oder die beste Utility immer raus. Und könnt somit sagen, ihr habt am besten aufgeteilt. Gut, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt dann ein bisschen was programmieren. Natürlich braucht ihr die ganzen Baum-Operationen, aber die solltet ihr ohnehin kennen. Oder ansonsten guckt ihr mal. Ich glaube, ich habe sogar ein Video zu Bäumen in Java gemacht. Gut, das war es dann. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.